ja moin moin liebe freunde und wieder mal herzlich willkommen zu einem weiteren video von mir und zwar möchte ich heute einige sachen ankündigen und zwar vielleicht ist es euch schon ein paar mal in den videos aufgefallen und zwar haben wir hier ein cooles maskottchen hier und das hier ist eigentlich ein einhorn ja würde ich mal sagen und das habe ich mal gewonnen und mir gefällt es eigentlich gut und ja ich glaube das können wir als maskottchen drin lassen so und weiters will ich euch auch sagen dass wir jetzt ein bisschen mit den uploadzahlen zurückgehen werden das heißt jeden zweiten tag werde ich ein video hochladen und zwar weil ich auch jetzt so viele livestreams jetzt immer wieder mache ja ich hoffe ihr bleibt trotzdem weiterhin immer dabei wenn ihr noch nicht abonniert seid natürlich haut auf den button auf die erfolge wenn ihr natürlich die glocke aktiviert ich werde euch jetzt nicht mehr so zu sparen wie früher immer und natürlich würde ich mich auch über einen daumen nach oben oder natürlich nennen komme freuen wir sehen uns dann beim nächsten video wieder bis dann bis dann Bis zum nächsten Mal.